kennst du deine berufung weißt du wohin deine seele dich hinrufen möchte um deinen seelenplan zu erfüllen um deinem seelenweg auch wirklich zu folgen kennst du das potenzial das in dir schlummert und auf entfaltung wartet wenn es dann noch die eine oder andere unklarheit gibt dann freue ich mich wenn ich dich begleiten darf mit tipps impulsen anregungen spielen also sei gespannt und sei dabei ich freue mich auf dich